Hallo Freunde, der leichte Unterhaltung, wie ihr sehen könnt, wir sind immer noch in derselben Session bei Star Wars Rebel Assault 2 The Hidden Empire. Es macht immens Spaß, das Spiel wieder zu spielen. Ich habe richtig, richtig Bock und wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Erfahren wir jetzt. Also jetzt gleich nach dieser Flugsequenz. Wie lange denkst du, bevor die Gäste kommen? Wir werden uns für mindestens ein paar Stunden rauskommen. Das ist odd. Das sind die richtigen Coordinationen. Wo ist es? Docking Control, das ist Supply Shuttle Epsilon 4. Request Clearance zu kommen. Transmit Security Code Epsilon. Transmiten. Clearance Gravit Epsilon. Der 1. 45 Anger 3. Copyback Control. Epsilon raus. Ist es nicht geil? Ist es nicht geil? Ist es nicht geil? Ein getarnter Supersternenzerstörer. Das Imperium war unaufhaltsam gewesen. Das Imperium war unaufhaltsam gewesen. Ich möchte ja keinen Spoilern. Gutes Willen. Gutes Willen. Sie haben uns noch nicht weggeblieben. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, so weit ist es so gut. Ja, hier sind wir. Zwei Rebel-Spiele in dem Herzen eines Imperium-Kommandschips. Ich mag die Klassik-Uniform. Obwohl die Erweiterung aus den neuen Teilen... Da ist der Helm ziemlich nice. Chapter 11 About the Terror. Ich denke mal, das wird auch die letzte Aufnahme. Wenn ich mich nicht so blöd anstelle. Ging ziemlich instant, ne? Ich meine, dieser Trupp hat alle Zeit der Welt zu zielen und ihm einfach den Kopf wegzuballern. Was macht er? Schießt daneben. Oh, 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 oh. Ich muss wieder flippen, Entschuldigung. Oh, 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 oh. Stirb. Stirb du auch. Du immer wiederholender Mensch. Du Klon. Baaaaaaa. Ach, komm schon. Die kleinen Fickfrettchen! So jetzt aber! Wie schnell die sind! Auch nicht schnell genug! Jetzt eigentlich hier... Yeeeey! Oh! Da 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 da! Sagt der eigentlich schnellere Dings? Schnellere Dings! Klingt so! Och, das war ja klar! Die ganze Zeit da hinziehen und dann... Jetzt aber komm! Was ihr nicht wisst, hinter dieser Ecke stapeln sich bereits schon 24 Trooper Müssen jetzt erstmal da weggekarrt werden Ich denke, ich habe sie alle! Okay, dann sind wir klar! Wenn ich keine Spatiaten hätte... Also nur die 300 Spatiaten... Über die ganze Galaxis hoch auf das Imperium singen! Warte mal! Brücke! Brücke! Ich meine, Brücke runter schießen ist schon krass genug, oder? Wir müssen jetzt wirklich echt ein bisschen aufpassen an dieses wunderbare Geräusch! Es dringt genau in mein linkes Ohr und... Häcksel das Gehirn bis zur anderen Seite, wenn es nicht auf dem rechten Ohr rauskommt! Boah! Ah, hier ist die Sackgasse! Ich habe eine Idee, ihr zwei geht da lang und du folgst mir! Ja, ich würde mir diese Sackgasse grünfligst anschauen! Wir müssen auf den M-Level gehen! Chapter complete! Nice! Ich denke, wir sind fast gegen Ende, oder? Ja, ist gerade schon... Oh! Oh! Ich sehe... Und unsere unbekommenen Gäste? Ah, wir haben sie temporär verloren! Temporär... Ich seh sie nicht aufrechter! Oh, okay! Oh! Oh! Chapter 12... ... The Siva... ... Sievers... ... Cole Sievers... ... ... ... ... ... ... das ist finde ich die coolste stelle im ganzen spiel also durch das gut schauen also das herz aber display heads up display dann läuft er so du kannst die knarre trotzdem noch ein bisschen bewegenden blaster super das ist ich finde diese passage ist ich kann immer noch schießen ich habe ein schlechtes Gefühl über das von links, von links, von links, von links oh, kugel, links oh, jetzt wollen sie mich auch noch fädeln nicht mit dem Schienzorn oh, 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 da habe ich eben gefressen jetzt müsst ihr doch mal vorbei sein so langsam ihr Fickbacken genau lauf mal nach links, wo ich 16 Stormtrooper getötet habe oder nach rechts, wo ich 16 Stormtrooper getötet habe und sie sind alle weg man töte die gar nicht man verletzt sie nur sehr schwer und dann kriechen sie alle weg Angst da sind muss ich die Maus ein bisschen mehr aufs tisch legen muss ich die Maus mehr aufs tisch legen jetzt schieß doch nicht daneben komm genau auf den Kopf, 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 Kopf ok, ich gucke nach links ich gucke nach links ich schieße nach links Toll jetzt aber ins gemischt in die geklonten Eier und nochmal was geht es bei dir zu frischen Klon Eier was geht es bei dir zu frischen Klon Eier schmecken alle gleich nein, das war nicht nein, das war nicht wie lange geht denn das noch hier muss ja tatsächlich haben noch 5 Minuten für die Wolke ich finde es geil dass der Cursor irgendwie immer einrastet ich weiß nicht, aber dieses dieses links rechts also ist es nicht so so frei beweglich der rastet einfach nur aus nein, nein jetzt gibt doch mal einer von euch beiden ja, den krieg ich easy jetzt aber komm schon mach das starke mir nein, 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 nein Batman ich bin trotzdem immer komplett konzentriert ist dann aus Gehen wir aus hier. Los geht's! Ich hoffe, dass niemand uns erwartet. Oh! Ich finde es so ein geiles Design von einem TIE. So weit, so gut. Kannst du das Ding fliegen? Ich denke so. Da, muss ich das machen. Der Lappen hat nichts mitgekriegt. Hey, wo ist dieser? Haben diese Schiffe bereits serviert? Schau! Hey, das war ich jetzt aber nicht, ne? Die sind da selber dran hängen geblieben. Chapter 13, Escaping the Star Destroyer. Ja, also ich denke mal, wir machen einfach jetzt die Überlänge, weil ich glaube nur 15 Kapitel haben wir. Das sind wir schon bei Minute 14. Und es kommt auch drauf an, wie oft ich jetzt noch sterben werde. Heiligsblechle, ich glaube sehr oft. Ja, easy, so, easy gesagt, zack, wenn es 5. Jetzt lass mich doch vorher schon drauf schießen. Oh Gott. Ich kann es doch jetzt schon sehen. Nice, nice. Läuft. Also, falls die Folge doch zu lange werden sollte, werde ich es dann cutten. Und zwar, genau hier, macht's gut, Euxhin, und ciao! Würde ich jetzt sagen, wenn ich es cutten würde, ansonsten läuft es einfach nur mal weiter. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Und zwar.